Ja, dann heute zurück zur Frage, was ist nun eigentlich ein Virus? Und wenn wir etwas tiefer blicken wollen, als nur zu demjenigen, was die Wissenschaft uns erzählt, dann müssen wir doch zuerst einigermaßen wissen, was diese Wissenschaft eigentlich erzählt. Und dafür habe ich meine Erkenntnisse wieder aufgefrischt. Und man kann eigentlich sagen, dass ein Virus sehr unterschiedlich ist mit Bezug auf eine Bakterie. Denn eine Bakterie, der lebt aufgrund von den Fähigkeiten des Gastgebers, eine Bakterie ist ein Parasit, kann nicht außerhalb eines Gastgebers leben. Bei einem Virus ist das auch der Fall, aber ein Virus lebt nicht nur aufgrund der Produkte eines Gastgebers, aber ein Virus dringt in die Zelle hinein, dringt manchmal sogar in den Nukleus, in den Kern hinein und verwendet da nicht nur also die bereits produzierten Substanzen, die der Mensch produziert. Aber das Produzieren selbst wird von dem Gastgeber gegeben. Und das ist doch etwas ganz anderes. Also eine Bakterie ist ein Parasit, aber ein Virus geht noch viel weiter. Ein Virus hat auch eigentlich nicht die Möglichkeit aus sich selbst da zu sein, auch nicht in einem Gastgeber ohne weiteres. Ein Virus hat nämlich nur eine Nukleinsäure zur Verfügung, klein oder auch groß, lang, RNA oder DNA. Und das ist eigentlich alles, was es ist. Darum herum finden wir dann einen Eiweißmantel, aber sonst hat das Virus selbst nichts zur Verfügung und muss ganz und gar die Fähigkeiten des Gastgebers verwenden. Das ist die wissenschaftliche Erkenntnis und man weiß inzwischen, dass es mehrere Klassen von Viren gibt, die Viren, die DNA als Wesen, könnte man sagen, haben, die dringen wirklich bis in den Kern der Zelle, und die Viren, die RNA als Wesen haben und die dringen nicht, meistens nicht bis in den Kern, bleiben also im Zytoplasma darin. Und da gibt es Viren mit zwei Strengen DNA und auch Viren mit einer Stränge, Viren mit zwei Strengen RNA und auch Viren mit nur einer Stränge. Das ist so ungefähr die Definition, die man in der modernen universitären Lehrbücher findet. Und man kann sagen, ja, dann weiß ich das. Ich denke, dass die meisten Studenten nicht weiter gehen, als dass sie das sich merken, dass sie das ins Gedächtnis festzuhalten versuchen, und das ist es dann. Aber man kann, wenn man die Frage hat, was ist nun eigentlich wirklich ein Virus, natürlich doch noch weiter gehen. Und das ist, dass man diese verschiedenen Eigenschaften von Bakterien und Viren, dass man die durchdenkt, also sich vorstellt, nicht nur so darüber hinüber denken, ah ja, dann weiß ich das, aber sich nachher Vorstellungen davon formen, was es ist, wenn wir ein Parasit in uns haben, der selbst Zellprozesse hat, Bakterien, oder ein Parasit, der diese Zellprozesse selbst nicht hat und wirklich innerhalb von unseren Zellen leben muss und sogar manche Zellprozesse, Viren leben nicht nur in der Zelle, sondern wirklich in dem Zellkern. Ich veröffentliche gleichzeitig auf meiner Seite »Philosophische Reflexionen« einen Vortrag aus 2018, den ich damals in Arnheim gehalten habe. Und dieser Vortrag handelt über das Wesen des Menschen und seine DNA. Und damals habe ich versucht, mich zu vertiefen in diese DNA, in was das eigentlich ist. Und ja, man muss diese Grunderkenntnisse eigentlich haben, wenn man gerne wissen will, was ein Virus denn eigentlich ist. Denn wenn man nicht weiß, was DNA und RNA sind, dann versteht man auch diese Viren nicht. Ich habe damals auch versucht, darauf hinzuweisen, dass man die DNA und RNA natürlich überhaupt nicht mit dem Auge sehen kann, dass man ein Elektronenmikroskop braucht dafür, und dass dann diese Problematik entsteht, die ich das vorige Mal auch schon besprochen habe, dass es eine Übersetzung der Wirklichkeit ist, und dass man sich immer fragen muss, inwieweit ist diese Übersetzung, die dann auch mit Hilfe eines Computerprogramms Viren stattfindet, ist diese Übersetzung auch wirklich richtig. Also wir haben, wenn wir Bilder von Viren sehen, haben wir es zu tun mit eigentlich Animationen und nicht mit Tatsachen. Also man muss sich doch immer wieder vorhalten, dass man eigentlich nicht weiß, wie diese, muss man sagen, Lebewesen, oder sind es nur halblebendige Moleküle, das muss man sich vorhalten, wissen, dass man das eigentlich nicht mit dem Auge wahrnehmen kann, und es ist die Frage, womit haben wir es dann eigentlich zu tun. Und diese Frage lässt sich nur lösen, wenn wir dasjenige tun, was ich soeben gesagt habe, nämlich vorstellen, nicht so sehr bildlich, aber kann man sich auch vorstellen, den Unterschied zwischen Bakterien und Virus. Und wenn man das intensiv genug macht, dann kommt schon eine Ahnung auf, dass wir es in der Welt der Viren mit etwas ganz anderes zu tun haben, als in der Welt der Bakterien. Darauf kann ich dann weiter eingehen, aber ich möchte jetzt zuerst eine andere Seite der Problematik beleuchten. Für mich ist Rudolf Steiner, der Geisteslehrer, das können Sie hier auch sehen, er steht hier mit seiner ganze Arbeit hinter mich, und das ist auch wirklich so. Ich weiß, dass er kein Rassist war, ich habe das ausführlich beschrieben in meinem Buch, der lebendige Rudolf Steiner. Und man kann eigentlich sagen, wie schaffen die Menschen es, ohne Geisterkenntnis zu leben. Das ist für mich wirklich eine große Frage. Das möchte ich zuerst sagen. Und dann habe ich natürlich in dieser Krise, worin wir jetzt sind, oft zu dem Werk von Rudolf Steiner meine Zuflucht gesucht. Und er hat Verschiedenes über Mikroorganismen ausgesagt. Der Unterschied Bakterie und Virus war noch nicht so klar damals. Das war noch im Werden. Das musste eigentlich noch kommen. Also er spricht eigentlich vor allem über Bakterien und Bakzillen. Und wenn er darüber spricht, da hat man den Eindruck, das könnten wohl vielleicht die Viren sein. So spricht er über Grippe Bakzillen. Ja, wir wissen inzwischen, dass das Viren sind. Also wir haben es natürlich mit einer Geisteswissenschaft zu tun, von einem Jahrhundert her. Aber trotzdem gibt es darin bestimmte allgemeine Gesichtspunkte und die, ja ich möchte eigentlich allen Menschen wünschen, dass sie diese aufnehmen könnten. So hat er Vorträge gehalten für die Arbeiter am Goetheanum, die da das Gebäude aufgebaut haben und die konnten Rudolf Steiner Fragen stellen und da hat er sehr interessante Antworten gegeben. Und da spricht er auch über die Mikroorganismen und sagt dann, ich würde gar nicht sagen, dass sie nicht da sind. Natürlich sind sie da. Die Wissenschaft kann das auch beweisen, dass sie da sind. Die Frage ist nur, kommt die Krankheit von den Mikroorganismen oder liegt das anders. Und er gibt dann einen Vergleich und sagt, wenn es regnet, dann quaken die Frösche. Man würde nicht sagen, dass durch das Quaken der Frösche es anfängt zu regnen. So etwas sagt man aber bei der Infektionskrankheiten wohl. Es gibt Mikroorganismen im Körper und man meint, dass das feststellen, dass sie da sind, dass dadurch die Krankheit entsteht. Nein, sagt Rudolf Steiner, man muss das eigentlich anders herum denken lernen. Der Körper ist bereits nicht gesund und in einem nicht gesunden Körper fühlen sich diese Mikroorganismen wohl. Das ist eine Art Wellness für sie. Sie finden das herrlich, um da zu sein und deshalb vermehren sie sich lustig. Also das ist eine Umdrehung der Gesichtspunkte. Und das ist etwas, was wir eigentlich von dem geistigen Standpunkt immer wieder lernen können, dass wir den Mut fassen, die Dinge auch mal anders herum zu sehen. Das kann man doch einfach wagen und dann mal schauen, was rauskommt. Damit hat man nicht seine Wissenschaft verlassen. So hat Rudolf Steiner zu den Arbeitern im Goetheanum besprochen. Und es gibt dann auch noch viel mehr und ich werde so im Laufe der Zeit immer etwas davon mitbringen. Aber es gibt dann auch noch einen Vortrag, wo er über diese Mikroorganismen spricht und dann im Verhältnis zu der moderne Weltanschauung. Und er sagt dann, so wie man im Mittelalter geglaubt hat an Gespenster, so glaubt man jetzt an Mikroorganismen. In beide Fälle ist der Glaube gerechtfertigt. Denn Gespenster gibt es auch. Aber man ruft sie auf dadurch, dass man Furcht hat. Das war mit den Gespenstern so, das ist mit Bakterien, mit Viren auch der Fall. Und dann sagt er, das Allerschlimmste, was der Mensch tun kann, ist, dass er abends mit materialistischen Gedanken und Vorstellungen in den Schlaf hineingeht. Das ruiniert in gewissem Sinn den Leib. Und wenn man dann am Morgen wieder aufwacht, dann hat man einen Leib zurückgefunden, der nicht mehr so gesund ist wie gestern. Und so wird man anfällig für Mikroorganismen. Das ist das eine. Man soll also die Furcht vermeiden. Aber das andere ist, sagt er, und das lehrt uns schon etwas in dieser Zeit, dass man die Mikroorganismen auch nicht pflegen soll. Ja, das ist natürlich selbstverständlich, dass man das nicht tun will. Aber wie, sagt er, tut man das eigentlich? Man tut das dadurch, dass man, wenn man in einer Epidemie drin ist, dass man sein Bewusstsein fortwährend erfüllt mit Vorstellungen der Krankheit. Was haben wir im letzten halben Jahr erlebt? Nur noch Corona. Das ist, was ich dieses Mal vorbringen möchte. Und ich hoffe dann, das nächste Mal weiterzugehen mit der Frage, was ist nun eigentlich ein Virus? Und dann das so allmählich überzuleiten zu der Frage, was ist dieses Coronavirus eigentlich? Ich werde dann jedes Mal diese relativierende Gesichtspunkte aus der Geisteswissenschaft dabei nehmen, damit wir vielleicht uns daran gewöhnen können, nicht so regelrecht von hier nach dort zu denken, aber auch mal anders herum zu kommen, die Dinge anders herum denken zu wagen. Tschüss.